Hallo und herzlich willkommen bei Nextmove. Mein Name ist Thomas Geiger und Stefan hat mir mal wieder ein bisschen Platz eingeräumt, weil ich heute einen ganz besonderen Mini vorstellen kann. Auf den ersten Blick ein Mini Cabrio wie jedes andere auch. Aber schon die Farbe sollte euch stutzig machen, denn Mini hat die Farben des Electric Minis genutzt. Und nicht nur die Farben, sondern auch die Technologie. Das ist ein Einzelstück, One-Off Electric Toy. Kein Prototyp, kein Auto, das für die Serie gedacht ist, sondern der Proofpoint, um auszuprobieren, ob Elektromobilität und offenes Fahren zusammenpasst. Insbesondere wenn wir bedenken, dass die elektrische Revolution, in der wir gerade drin sind, mit einem offenen Auto begonnen hat. Tesla Roadster, umgebaute Lotus Elise, das erste Elektroauto, das die Massen bewegt hat. Und während mittlerweile Cabrios bei den Verbrennern im Sinkflug sind und bei den Elektroautos noch nicht angekommen sind, will Mini ausprobieren, wie das zusammenpasst. Und wenn ihr wissen wollt, wie das zusammenpasst, begleitet mich doch einfach auf meiner ersten Testfahrt. Außerdem lese ich neugierig eure Kommentare, was ihr von der Kombination haltet. Ja, also Jungfernfahrt im ersten und einzigen offiziellen Mini Cabrio mit Elektroantrieb. Klar, die technischen Daten, keine Überraschung, kennen wir vom geschlossenen Dreitürer. Also 184 PS Motor, 33 Kilowattstunden Batterie, reicht hier, weil das Auto etwas schwerer ist für 230, 250 Kilometer. 0 auf 100, 7,7 Sekunden, Topspeed 150 kmh. Alles bekannt, alles alt. Was neu ist, ist das Fahrgefühl. Die Tatsache, dass man wirklich offen fährt und nichts hört, nichts riecht, hat schon eine ganz andere Qualität. Also insbesondere, wenn man wie hier durch die Natur fährt und in einem Wald unterwegs ist. Man wird so richtig eins mit der Natur und kann das genießen. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, nur eben viel, viel schneller. Ich habe noch so recht keine Ahnung, wie das in der Stadt ist. Und ich muss zugeben, natürlich höre ich auch gerne einen Verbrennermotor, insbesondere, wenn das Dach runter ist und der dann etwas lauter, etwas präsenter ist und du näher dran bist. Schon auch schön. Aber wenn es darum geht, zukunftsträchtig zu fahren, kann ich mir das auf der Landstraße richtig gut vorstellen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt es in eure Kommentare. Ich bin mir sicher, die Minis lesen das auch sehr neugierig. Denn die müssen jetzt entscheiden, wie sie weitermachen und ob sie tatsächlich der Erste und Einzige sein wollen, der ein echtes Cabrio auf der Electric Avenue anbietet. Jetzt sind wir ein paar Kilometer mit dem Cabrio unterwegs. Das fühlt sich alles unglaublich natürlich an. Und ich frage mich tatsächlich, warum sich Cabrios im Augenblick so schwer tun. Und das hat ja nicht mal was mit dem Antriebskonzept zu tun. Selbst bei den Verbrennern gehen die Cabrio-Verkaufszahlen runter und immer mehr Autos werden eingestellt. Offener Golf gibt es nicht mehr. Peugeot hat kein Cabrio mehr. Fiat Spider ist auf dem absteigenden Ast. Also der Mazda MX-5 quasi als einziges Auto, das die Flagge noch ein bisschen hoch hält. Und bei den Elektroautos sieht es auch ganz, ganz düster aus. Also ja, Fiat 500 kann man mit viel gutem Willen als Cabrio bezeichnen. Den Smart 4 II gibt es natürlich oben ohne. Aber Fiat 500 eigentlich nur ein großes Rolldach. Smart 4 II kurz vor der Ablösung. Und dann ist es fast schon wieder vorbei. Polestar hat angekündigt, ein offenes Auto zu machen. Und ja, Elon will uns wieder einen Tesla Roadster bringen. Aber da reden wir halt über Preisklassen, in denen die meisten Normalverdiener nicht mehr unterwegs sind. Und dass es mal einen Pininfarina Batista oder einen Rimaz Nevera ohne Dach gibt. Und dass uns Porsche einen elektrischen Box da oben ohne Baut alles geschenkt. Für eine Massenbewegung reicht das nicht mehr. Und je länger ich mit dem offenen Mini Electric unterwegs bin, desto trauriger stimmt mich das. Denn eigentlich ist das echt geil. Frage ist halt, ob das die Chinesen auch so geil finden, wenn sie damit durch den Smog von Peking oder Shanghai rollen. Und da die Chinesen die meisten Autos kaufen und es in den USA meistens zu heiß ist zum Cabrio fahren, fallen halt zwei große Märkte weg. Wobei das mit dem Smog sich ja vielleicht bald erledigt hat, wenn wir alle elektrisch fahren. Ja, das war sie also auch schon die erste Ausfahrt im elektrischen Mini Cabrio. Und klar, bei diesem Auto wird es auch die letzte geblieben sein, weil dieses Auto ein Einzelstück ist, das weder für den Verkauf gedacht ist, noch sonst wie ein großes Entwicklungsprogramm hat. Aber emissionsfrei, geräuschlos und offen ist eine Kombination, die durchaus reizvoll ist. Und Mini hat ernsthaft vor, das in die Serie zu bringen, wenn in zwei Jahren die nächste Generation Mini an den Start geht. Während die Aussichten für Open-Air-Fahrer bei anderen Marken also relativ trübe sind, hat die Mini-Tradition eine sonnige Zukunft.